jetzt schönes sympathisanten aktivität ja gut es ist glaube ich noch nichts für mich da muss ich wahrscheinlich erst mal ein bisschen hier ein bisschen hochkommen wenn ich würde ich gerne das machen erst mal also erst mal ein bisschen die themse befreien noch wo fährt jetzt lang oder fährt schön hier lang hält ja fast da aber jetzt hält er erst mal am bahnhof dann werde ich dann auch aussteigen und stellen wir uns noch voll in den qualm hier so da ist schon der bahnhof na nun hier bleibt vorher aussteigen weil sonst komme ich da wieder raus so dass du dauer das so lange so ich werde jetzt erstmal schnell hinrichten ich meine so langsam müsste ja auch hier city of landen eigentlich machbar sein eigentlich ohne stück weiterfahren können war wenn ich jetzt hier rum krabbel der zug ist jetzt schon weiter naja ist ja egal so wie gesagt eigentlich wäre jetzt city of landen schon fast meinen kaliber ich bin ja schon stufe 5 vielmehr ausrüsten kann ich dann auch nicht mehr was mich im kampf halt weiter bringt deswegen denke ich kann ich da demnächst auch mal vorbeischauen aber wie gesagt erst mal ich das war ja jetzt hat er sich todig sprung verdammt die konnte denn das passieren ach mist mist scheiß ladezeiten jetzt ist natürlich naja wenigstens immer mal zeit meiner shisha zu ziehen sehr sehr geilen geschmack gerade drin und zwar blue caribbean das schmeckt richtig frisch nach ozean würde ich sagen also nicht nach mehr und nach ozean so richtig geil so aber jetzt sind wir hier wo ich natürlich gar nicht sein wollte aber ich könnte natürlich auf dem weg dahin auch mal hier so eine templer jagd machen war ich meine liegt ja auf dem weg im endeffekt und stufe 5 bin ich auch das sollte also kein problem darstellen und ja das machen wir jetzt auch eine kleine templer jagd templer jagd templer jagd er macht hier fotos vielleicht akt fotos so empfohlen ich selber fünf habe ich da werden wir dreißen weil ich demnächst immer auch leute ich werde man jetzt erst mal das gang upgrade machen was ich ja machen wollte das hat er schon vorher gesagt da wollte ich jetzt das machen die papp spiele dann kriege ich nämlich immer mehr geld in meinen tresor hier mal den buchmacher ok hier kann man schon ein bisschen ein bisschen was noch rausholen was ist bitte hier naja gut so und dann wollte ich mal kurz gucken nach nach guten waffen vielleicht gibt es da irgendwas was ich jetzt hier schon machen kann weil ich bin der stufe 5 erstmal den gürtel könnte ich eigentlich herstellen nach ich habe gar nicht das material dafür schade so der macht die tödlichkeit runter das wollen wir ja auch nicht dazu muss ich stufe 6 sein oder so wie es aussieht ja also für stufe 5 gibt es jetzt nichts weiter irgendwie was mir jetzt so auffällt was irgendwie besser ist da muss ich stufe 6 sein dann würde ich die kukri von henry herstellen der ist aber auch sehr schön sehr schön gut ist er weil ihn kann ich doch erst ja ist ja quatsch ich den jetzt herstellen und ich kann ihn erst mit stufe 8 wählen vielleicht kann ich hier aber mittlerer bolt zum ball herstellen und ausrüsten ok ich weiß nicht warum da jetzt so ein symbol ist so ein ausrufezeichen keine ahnung aber das finde ich eigentlich auch wichtig weil die sind echt cool die dinge wirksamkeit der medizin ist natürlich auch nicht schlecht wenn ich halt erstmal hier den beutel ein bisschen herstellen ausrüsten und ja bombenbeutel das ach so jetzt brauche ich die herstellungs ok so jetzt habe ich jetzt ein bisschen was gemacht hier und das ist schon mal ganz cool so ja fangen wir mal mit der templer jagd an das ziel mit einer kutsche töten ok da ist so ok da ist gut dann werden wir das mal machen da ist mädchen diese einstellung prügelig die aus dem leib kapiert sagt sagte ok die müssen wir mal wenden ganz hoch oder die 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 umgebracht die haben die umgebracht haben wir sind ja verwunderlich anstarten sind den habe ich jetzt schon mal umgebracht sagt gut ja ich habe wirklich mit der kutsche alles na dann ist das ja gut ich hatte jetzt schon angst dass ich das nie schafft habe so wunderbar dann kann ich auch gleich hier das kopfgeld machen so jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die rolle lebend genau zurückbringen rolle anna bremsen abramson oder hinten okay da mal hin zack 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 so hier ist jetzt kinder doch der man verdammt dann warum kam denn da jetzt noch mal so blöde ja gut die ist jetzt scheiße die ist weg ich habe mich jetzt zu lange mit dem hier beschäftigt gucken ob ich die nur einholen kann aber das könnte was werden weil die typen die finden mich jetzt nicht mehr natürlich hatte die schon so schön müsste sie haben diese kinder sehr schlecht behandelt ich gehe ich dafür gibt das ärger so warum werden wir hier und er könnte mal aussteigen hey man ach der folie musik den die nehmen ja bleib stehen sehr gut warum geht es hier schon wieder nicht auch mensch ich werde irre guck mal da hinten stehen noch kutschen oder ach das geht nur von der rechten seite kann es sein hier steht keine kutsche rum oder da oder da oder da nie ist hier steht echt gehen kutsche das ist ja schon wieder zum verrückt werden sondern erst am blöde ist na na endlich da sie noch die ist doch wie hier macht für mich stecken wir dingen weiter mädchen die musik ausschalten ich könnte natürlich auch nein fahren die kippen wird die wir leider nicht im fahrer ziel geht nicht so egal wir haben bonus erfahrungspunkte bekommen das ist gut und das nächste gebiet haben wir hier aufgedeckt befreit wie auch immer und ja da würde ich hier auch gleich das gang was hier machen um Das war's für heute.